Klaus, nicht nur Daniel Thun, der Cheftrainer der Fortuna, ist mit Corona infiziert, sondern mittlerweile auch 14 Lizenzspieler. Was bedeutet das für das Spiel gegen Paderborn? Ja, dass es sehr knapp wird, was die Spielfähigkeit unseres Teams angeht. Und wir haben auch darauf reagiert, nachdem wir heute Vormittag auch nochmal einen PCR-Test gemacht haben, weitere zwei Positivfälle dazu bekommen haben, werden wir jetzt im Verlauf des Nachmittags den Antrag bei der DFL stellen, das Spiel in Paderborn zu verlegen. Welche Chancen gibt es dafür, dass diesem Antrag stattgegeben werden? Wir haben natürlich im Vorfeld mit der DFL Kontakt aufgenommen, haben die Situation geschildert. Das ist auch schon geprüft worden und seitens der DFL sind wir gebeten worden, diesen Antrag jetzt auch zu stellen. Das weist erstmal darauf hin, dass die Chance gegeben ist, dass dem Antrag auch stattgegeben wird. Jetzt gilt es natürlich, das noch im Einzelfall zu prüfen. Das wird aber auch im Laufe des späten Nachmittags, im Laufe des Abends geschehen, so dass wir wahrscheinlich erst morgen früh dann die Entscheidung bekommen, ob dem Antrag stattgegeben wird. Denken wir kurz an den Worst Case, der eintreten könnte. Das Spiel wird tatsächlich ausgetragen in Paderborn. Im Moment läuft gerade das Training. Wie könnte so eine Mannschaft dann aussehen, der Fortuna? Ja, schon so, wie man es sich im Moment kaum vorstellen kann. Das ist klar, dass bei den Fällen, die Namen sind ja weitestgehend bekannt, also das ist ein Großteil der Mannschaft, die eben zuletzt gespielt hat, die uns eben nicht zur Verfügung steht. Der Kader würde dann natürlich, oder die Mannschaft würde dann auch gespeist aus den Spielern, die auch auf der Spielberechtigungsliste stehen. Das sind Spieler, die zum großen Teil natürlich in unserer zweiten Mannschaft dann aktiv sind oder teilweise sogar im Jugendbereich noch gespielt haben. Und daraus würden wir dann eine Mannschaft zusammenstellen müssen. Also das wäre schon, ohne unseren Jungs da zu nahe zu treten, aber das wäre schon erstmal eine absolute Premiere, weil man ja einmal miteinander oder zweimal miteinander trainiert hätte und dann so ein Spiel austragen muss. Und ja, auch von der Zusammensetzung der einzelnen Positionen wäre es doch schwierig. Also in dem Sinne können wir nur hoffen, dass das Spiel abgesagt wird. Ich glaube auch im Sinne der Chancengleichheit. Ich glaube, das wären einfach keine fairen Voraussetzungen, wenn wir unter diesen Umständen antreten müssen. Wann rechnest du mit einer Entscheidung der DFL? So wie ich es gerade gesagt habe, Prüfung wahrscheinlich heute im Laufe des Abends und voraussichtlich die Entscheidung dann darüber morgen Vormittag oder im Laufe des Tages so schnell wie möglich, so ist uns das zumindest von der DFL signalisiert worden. Danke dir. Bitte. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir.